Hallo, mein Name ist Christiane Gröbner und ich bin Projektstarter auf der Jena-Crowd. Wir konnten durch die Jena-Crowd für die Westschule diesen tollen Bauwagen anschaffen. Wir haben durch die Schwarmfinanzierung 7.000 Euro gesammelt und wurden dadurch mit 3.000 Euro von den Stadtwerken belohnt. Es ist ganz einfach, dein Projekt zu finanzieren. Geh auf www.jenacrowd.de und starte dort dein Projekt. Lege dir ein Profil an und entwickle deine eigene Projektseite. Beschreibe kurz und knapp, um was es geht. Für was willst du das Geld verwenden? Lege deine Zielsumme fest und deine Laufzeit. Lade ein paar Bilder oder ein Video hoch. Ergänze ein paar Dankeschöns. Bei uns zum Beispiel waren es gemalte Bilder von den Kindern. So hatten auch diese das Gefühl, am Erfolg beteiligt zu sein. Nun hast du es schon fast geschafft. Hast du noch Fragen? Dann kontaktiere das Jena-Crowd-Team. Die Nummer findest du im Internet. Ansonsten prüft nun das Jena-Crowd-Team deine Seite und gibt dir ein Feedback. Danach geht es eigentlich schon los. Dein Projekt geht online. Nun heißt es für dich, rühre die Werbetrommel und finde Unterstützer für dein Projekt. Das hat bei uns so gut funktioniert, dass aus unseren anvisierten 1.500 Euro am Ende über 10.000 Euro geworden sind. Wir hatten nichts zu verlieren. Denn wenn ihr die angestrebte Summe nicht erreicht, bekommen alle Unterstützer ihr Geld zurück. An alle Vereine aus Jena und der Umgebung. Nutzt diese großartige Chance, um euer Projekt und eure Vereine zu bereichern. Probiert es einfach aus.